Dann beginne ich mit der Beschwörung. Viel Glück! Rika Phileamus Reipel Thun! Wenn du darauf verstehst, eine Plage zu sein, lässt du mir keine anderen Wahl. Ich rate dir, jetzt zu blieben. Denn es gibt keine Götter in der Dunkelheit, die dich erwartet. Du hast es geschafft! Der Schreckenslord ist besiegt! Jetzt der Altar, die Lebensessenz.